Be of Unimatic Zero Mein Kleiner? Mein Kleiner? Mein Kleiner! Wie? Was? Ach, du bist so, Meister. Ich hab mich eigentlich schon damit abgefunden, dass du verschütt gegangen bist. Was willst du? Aber, mein Kleiner, sei mir doch nicht böse. Jetzt bin ich ja da. Klar. Wochenlang lässt du dich nicht sehen oder hören und dann tauchst du plötzlich hier so mir nix dir nix wieder auf und sagst, da bin ich. Und jetzt? Was willst du? Soll ich den roten Teppich ausrollen? Du hast ja recht, mein Kleiner. Ich bin total zerknirscht. Da kann ich mir was von kaufen. Aber wenn du schon mal hier reinschaust, wo treibst du dich denn neuerdings rum? Irgendwo musst du die Zeit ja verfeuert haben. Nun ja, mein Kleiner. Einerseits habe ich ziemlich viel gearbeitet, seit ich das letzte Mal hier war. Gearbeitet? Aha. Und was? Staatlich geprüfter Matratzen-Einschlafer? Selten so gelacht, mein Kleiner. Aber genau dazu bin ich am seltensten gekommen. Also zunächst mal habe ich drei komplette Bücher gelesen und produziert. Drei? Zählst du da nicht ein bisschen ins Blaue? Ich habe was von dem Hund der Pascal Wille mitgekriegt und der Frankenstein, den du zu Halloween online gebracht hast. Das sind, frei nach Adam Riese, zwei, nicht drei. Da hast du schon recht, mein Kleiner. Den dritten, den gibt's zu Weihnachten. Ist schon wieder Weihnachten, Meister? Schein, seit ich den ersten Lebkuchen begegnet bin. Und das war Mitte August. Die spinnen die Supermärkte. Also du hast vor Weihnachten was auf Halde gelesen. Also auf Halde würde ich es jetzt gerade nicht nennen. Aber ja, ich habe mich mal aufs Fest vorbereitet. Und einen Adventskalender habe ich auch gebastelt. Also für mein Kaminzimmer meine ich natürlich. Einen Adventskalender? Du, der geborene Weihnachtsallergiker? Dieses Jahr willst du es aber wissen, hä? Ich habe mich auf das Spiel eingelassen und jetzt muss ich es halt auch treiben, mein Kleiner. Ich könnte mich natürlich auch einer gepflegten Depression hingeben, so wie einige derjenigen, die neulich auf dem neuen YouTuber-Kongress waren. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ja, weißt du, ich habe letztendlich auch ein wenig Zeit auf Twitter verbracht. Dort gibt es eine ganze Reihe Leute, deren Meinung mir eigentlich etwas bedeutet. Und dort ist es, komischerweise, einfacher mit jemandem in Kontakt zu kommen. Ein Großpartner, der dir auf YouTube antwortet, ist eine Sensation. Auf Twitter tweete ich gleich mit mehreren. Also jedenfalls sind da auch einige, die beim letzten YouTuber-Kongress dabei waren und jetzt findet gerade das große Wundenlecken statt. Also dann war der YouTuber-Kongress ein Reinfallmeister? Oh nein, keineswegs. Im Gegenteil, bin ich versucht zu sagen, obwohl ich leider wieder nicht dabei sein konnte. Aber dort hat man sich eben auch über die aktuellen Befindlichkeiten YouTubes unterhalten und dabei kräftig federn gelassen. Der Kongress ist von YouTube nicht nur nicht unterstützt worden. Ja, man könnte beinahe sagen, man hat ihn bewusst totgeschwiegen. Ja, warum denn das, Meister? Spenden Sie, Bruno? Ich weiß nicht, und im Zweifelsfall läge die Entscheidung eher in Hamburg oder in Irland. Aber Jokognito hätte sich halt für seinen Veranstaltungsaufruf und die Show selbst einen Platz auf der Startseite gewünscht. Tja, und der ist derzeit wohl zumeist auf die Leute, die bei dem Netzwerk Mediakraft untergebracht sind, abonniert. So scheint es. Mediakraft? Hört sich an wie Ketchup. So abwegig ist der Vergleich gar nicht mal. Rot wie Blut und so glitschig-klebrig wie Tomatenketchup. Genau das Erfolgsrezept dieses Netzwerks. Ja, und was meinst du denn nun mit Wunden lecken? Ja, weißt du, YouTube richtet sich nun nach und nach auf die Konkurrenzposition zum Fernsehen aus und experimentiert hierbei teilweise recht blind in der Weltgeschichte rum. Dabei verändert sich vieles, und selbst aus meiner Sicht hat das YouTube von heute nur noch recht wenig mit dem YouTube zu tun, das ich vorgefunden habe. Ist das denn nicht normal, Meister? Eigentlich schon, und vor allem, es war absehbar. Erstaunt bin ich derzeit darüber, wie verbissen Joe Cognito das Ganze sieht. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass er das ein bisschen zu ernst nimmt. Dabei hat er diese Entwicklung lange vor allen anderen vorausgesehen. Dass der jetzt so überrascht wirkt, das überrascht mich. Auf jeden Fall spielt diese Veränderung für viele schon eine wesentliche Rolle. Ja, wenn sich YouTube in Richtung Fernsehen entwickelt, dann solltest du dir vielleicht auch Sorgen machen, oder nicht? Nun, wenn ich den Tenor auf Twitter richtig rüberbringe, besteht da zunächst mal die Angst, dass die nicht-kommerzialisierten Kanäle bald verschwinden könnten. Doch das bringt dich ja nicht in Bedrängnis. Nun, nein, das tut es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. YouTube würde sich ja die Zuschauerzahlen selbst beschneiden, wenn sie mir nicht, dir nichts, die reinen Zuschauerkanäle entfernen würden. Nein, das ist in der Tat nicht sehr wahrscheinlich. Allenfalls könnte YouTube vielleicht über eine Gebühr nachdenken für nicht-monetarisierte Videos, aber auch dafür gibt es bislang keinerlei Hinweise. Ja, und wenn die sich jetzt immer mehr in Richtung TV ausdehnen, was machst du denn dann mit deinem Kaminzimmer? Och, erst mal mache ich einfach so weiter wie bisher auch und hoffe eben darauf, so weit zu wachsen, dass ich und YouTube zufrieden sind. Sollten alle Stricke der einst wiedererwarten reißen, dann habe ich es mit meinen Lesungen sicher leichter, zum Beispiel auf Last.fm oder einem anderen Internetradio. Die Non-Kommerzen-Videoblocker haben es dann nicht so leicht. Aber wie gesagt, im Augenblick deutet nichts auf eine solche Veränderung hin und notfalls kann ich auch in Betracht ziehen, Lesungen vor der Kamera oder ein gänzlich neues Format zu schaffen. Ich quatschte seit ein paar Wochen mit ein paar Leuten drüber, aber das sind alles noch ungelegte Eier. Da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Hört sich ja interessant an. Und das machst du so, wenn du auf Twitter rumgeisterst? Na ja, auch. Aber natürlich versuche ich auch ein klein wenig Werbung für mich zu machen. Werbung? Ach so, du meinst ja dein Kaminzimmer? Genau. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, da will ich mich nicht einfach damit ergötzen, mich darüber zu verlustieren, dass YouTube böse ist, weil ich den verdammten Platz auf der verdammten Startseite nicht bekomme. Dann mache ich es eben selber. Und? Bringt's was? Tja, bringen tut's auf alle Fälle was. Zurzeit wachsen meine Abonnentenzahlen um drei bis sechs pro Tag. Aber es ist halt auch ein Haufen Arbeit. Natürlich bin ich von den dünnsten, bretterbohrenden YouTube-Superstars-Universen entfernt. Gott sei Dank aber auch charakterlich. Mit keinem von denen wollte ich wirklich tauschen. Du hast aber doch selbst schon gesagt, dass Abonnenten nichts bringen, wenn sie nicht auch anschauen, was du produzierst. Das stimmt schon, mein Kleiner. Und meine Views bleiben aktuell auch auf einem immer gleichen Stand. Aber das muss ja nicht so bleiben. Und auch ich brauche so meine Tankstellen für gepflegten Optimismus. Immerhin, im ersten Jahr habe ich knapp 50.000 Views erzielt. Im zweiten habe ich es auf rund eine halbe Million gebracht. Ginge das in dem Tempo weiter, würde ich nächstes Jahr zu Weihnachten das Videoabend hinter mir gelassen haben. Nicht, dass ich darauf Wert lege, aber immerhin mit einem kulturell doch recht anspruchsvollen Programm auf YouTube. Ich will wirklich nicht arrogant klingen, aber das soll mir erst mal einer nachmachen. Na, das klingt aber schon mächtig optimistisch. Das Videoabend, so was. Ich sag ja, mein Kleiner, eigentlich habe ich kein Interesse daran, mit dem Joe in Konkurrenz zu treten. Aber man hört halt auch von ihm stets den Hinweis auf die nachlassende Programmqualität, deren Ursachen er auch in diesen komischen Netzwerken sieht. Das stimmt ja in gewisser Weise auch, aber das muss man ja nicht mitmachen. Du redest ja immer wieder von diesen Netzwerken, Meister. Was hat es denn damit auf sich? Na, das sind kommerziell ausgerichtete Werbe- und Produktionsfirmen, deren Wurzeln auch irgendwo im TV-Bereich liegen. Und die machen sich jetzt die neuen Märkte, eben die Social Networks im Internet, zunutze. Doch die haben aus meiner Sicht etwas zu eigenwillige Regeln und das ist irgendwie nicht so mein Ding. Auf jeden Fall machen sie für ihre Mitglieder Werbung, die die alleine so nicht auf die Beine stellen könnten. Na, das klingt doch überwiegend toll. Wirst du dich dann auch einem solchen Netzwerk anschließen? Werbung wäre doch genau das, was du jetzt am nötigsten bräuchtest, oder nicht? Das stimmt schon, aber mal ganz davon abgesehen, dass ich für die viel zu klein bin, müsste ich mit denen einen Vertrag abschließen, die ihnen praktisch die Verfügungsgewalt über meine Google-Konten gäbe, vereinfacht ausgedrückt. Das alleine widerstrebt mir schon ein bisschen. Aha, da ist also doch mehr? Nun ja, die vermitteln dich dann auch in die Werbung und solche Sachen. Das, mein Kleiner, muss ich nur wirklich nicht haben. Also kein Netzwerk-Kaminzimmer? Nun, also... Aha, ich hab's ja gewusst. Jetzt kommt das große Aber. Ja, wenn du meinst. Aber es geht wohl irgendwie die Legende rum, dass Chocognito selbst auch so ein Netzwerk auf die Beine stellen will, und er ist einfach ein zu guter Mensch für YouTube. Eine Art Weltverbesserer, aber in einem durchaus positiven Sinne. Wenn er so was auf die Beine stellt, kann ich meinen eigenen moralischen Kompass auch nach ihm ausrichten. Die Frage ist, wie viel von dem guten Menschen in ihm auf der Strecke bleibt, wenn er gegen solche Hyänen antreten muss, wie sie in der Medienbranche üblich sind. Ihm würde ich aber schon zuhören. Mediaschwach und Co. aber sind in diesem Punkt völlig indiskutabel. Aha, alles ist in stetem Wandel und doch bleibt alles, wie es seit jeher war. Bist du beim Projekt Gutenberg-Bummeln gewesen, oder woher kommt da plötzlich diese philosophisch angehauchte Hatter? Du hast also deinen Humor noch nicht verloren. Das klingt selbst für mich optimistisch. Aber mein Ernsthaftmeister, kommst du jetzt wieder öfter vorbei, oder was wirst du nun weiter machen? Tja, mein Kleiner, weißt du, ich habe da auch Dinge in meinem Real Life, denen ich Rechnung tragen muss. Was ich hier auf YouTube mache, steht damit in direktem Zusammenhang. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber da sitzt mir, um ehrlich zu sein, mein eigenes T-Shirt näher als das eines anderen. Auf dem Kamenzimmer liegen all meine Hoffnungen, und ich bin bereit, nach Google Spielregeln zu spielen. Das heißt für mich, dass ich an allen nur möglichen Stellen auf mich aufmerksam machen muss, sonst kann ich mir die Arbeit schenken. Solange YouTube lieber zig Millionen in den Sand setzt, für eigene TV-Konkurrenzprogramme, als in vorhandene Talente zu investieren, wird das, glaube ich, für beide Seiten nichts. Daraus muss ich halt das Beste machen, und das ist derzeit Eigenwerbung. Präsent sein. Also mit anderen Worten, es wird wieder eine Weile dauern, bevor wir etwas zusammen machen. Also, ja, das ist möglich. Ich weiß es jetzt beim besten Willen nicht. Weißt du, in letzter Zeit hatte ich weder die Zeit noch den Antrieb zum Texten. Ich hätte natürlich trotzdem etwas runterschreiben können, aber irgendwie würde ich mir da blöd vorgekommen sein, gegenüber unseren Zuschauern. Die erwarten von uns keine Massenware, sondern Qualität. Da will ich ihnen keinen desillusionierten Schund anbieten. Das verstehe ich. Also ich freue mich, wenn du dich mal wieder blicken lässt, und das dürfte ruhig auch mal wieder ein bisschen öfter sein. Aber ich sehe schon, das ist dir wichtig. Aber? Aber, mein Kleiner? Na ja, bald ist ja Adventszeit und dann Weihnachten. Kommst du mich denn wenigstens zu Weihnachten besuchen? Also ich denke, dass ich dir das versprechen kann, mein Kleiner. Und ich werde vermutlich im Thronsaal der Queen etwas Besonderes unter den Weihnachtsbaum legen. Ich arbeite zurzeit an dem zweiten Science-Fiction-Hörfilm und der sollte bis Weihnachten eigentlich fertig werden. Lange Reise wird er heißen und auch so eine Spielzeit um die Dreiviertelstunde rum haben und selbstverständlich machen wir zwei beiden auch noch einen Weihnachts-Sketch zusammen. Versprochen, Meister? Versprochen, mein Kleiner. Also, Freunde, ihr habt's gehört. Mein Meister hat's versprochen. Wehe, wenn er sein Versprechen diesmal nicht hält. Ihr könnt ja mal zu dem Vortrag, den mein Meister da gerade gehalten hat, hier unten drunter eure Meinung sagen. Ich meine, es hörte sich schon an, als wäre es ihm wirklich ernst damit. Und das ist ja nicht so, dass man darüber nicht diskutieren dürfte. Aber was er da gesagt hat, wegen des Erfolges und so, also die Zahl der Leute, die seine Lesungen aufrufen, klassische Literatur auf YouTube immerhin, da hat er doch nicht ganz unrecht, oder? Also für mich hört sich das danach an, dass der Bedarf eigentlich vorhanden ist, nur eben keiner damit rechnet, ausgerechnet auf YouTube sowas Wohlfeiles anzutreffen. Denkt ihr, das ist es wert, unterstützt zu werden? Auch darüber dürft ihr jetzt hier unten da ein bisschen quatschen. Und unterdessen machen mein Meister und ich uns mal wieder aus der Stube. Ich gehe jetzt noch ein bisschen im Web rumstöbern und mein Meister ins wohlverdiente Wochenende. Was er jetzt nicht weiß ist, dass ich in seinem Terminkalender reingeschaut habe und was er da zu Weihnachten unter den Tannenbaum gezaubert hat, das ist wirklich cool. Ihr solltet euch vor allem zu Weihnachten nicht wirklich viel anderes vornehmen. Dazu wird euch kaum die Zeit bleiben. Also weg mit den Promi-Kanälen. Wir hassen die Wohlos. Hier kriegen sie gebildet. Kultur made by meinem Meister. Und tschüss. Meister? Du hast also in meinem Terminplan rumgeschnüffelt? Na warte, dich werde ich jetzt... Meisterer, das Mikrofon läuft noch mit. Was? Ach so, also gut. Danke auch diesmal wieder fürs Reinschauen. Und nun ein schönes Wochenende. Wir sehen uns sicher vor Weihnachten nochmal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020